Ja, hallo Mario. Hallo Martin. Normalerweise sage ich immer herzlich willkommen bei Netrepreneurs, aber heute bin ich willkommen. Genau. Vielen Dank für die Einladung hier im I-Spend-Haus. 350 Jahre. Also wirklich ein sehr schönes Haus, man merkt hier jetzt ein tolles Lebensgefühl irgendwie. Ja, es ist eine schöne Weile her, dass wir unser Interview hatten bei Netrepreneurs. Seitdem ist viel passiert, ich glaube so zwei Jahre. Ja, haben wir vorher gesagt zwei Jahre, aber ich glaube schon her ist einiges gegangen. Ja, einiges passiert in der Zeitung. Zwei Jahre ist ja in sowas eine halbe Ewigkeit. Ja, das stimmt. Ich habe vorhin überlegt, mich zu erinnern, wie weit war ich eigentlich im Business. Vor zwei Jahren war es 2011, da ist gerade noch mein letzten Graphics System gelaufen. Ich war in Stuttgart zum Studieren. Und ich glaube, da war das schon in der Planung, dass ich mich mehr Richtung Communities konzentrieren möchte. Und da war ich glaube dann auch kurz davor von einer Kooperation mit einer wichtigen Agentur in Stuttgart. Das ist Avocom. Das ist so mein Programmiererteam. Und dann fiel so auch alles mit dieser Entwicklung an. Die ganze technische Entwicklung, was heute viele unter Avoma kennen. Und Avoma hat mich jetzt die letzten zwei Jahre begleitet. Wo es einfach darum geht, dass nicht nur ich meine Produkte technisch auch produziere oder zur Verfügung stelle. Sondern, dass ich anderen die Möglichkeit gebe, auf dieser Plattform eine Reichweite zu gewinnen. Und mit ihrem Wissen, mit ihrem Online-Marketingwissen einfach anderen auch zu helfen. Also, dass ich praktisch so bin. Also, Avoma ist eigentlich ein Connector und bringt die Leute so zusammen. Vieles war so eine Entwicklung. Zum Beispiel mal gucken, was brauchen die Leute. Was brauchen die Kunden. Also, dass sie sich da zurechtfinden auf Avoma in den Kursen. Was brauchen die Autoren. Ich habe wahnsinnig viel investiert. Hat mich auch ordentlich viel gekostet. Also, da merkt man auch mal, wenn man so ein bisschen größeres, skalierbares Business möchte, dann kostet es auch im Internet mehr. Und ja, mittlerweile denke ich, dass es jetzt im Prinzip so steht, wie ich es brauche, rein technisch. Und dass ich jetzt losgehen kann, um Avoma mit Inhalten so weit zu füllen. Also, ich möchte eigentlich schon eine Marktführerrolle einnehmen im Bereich Online-Marketing mit Avoma. Kannst du so ein bisschen was... Also, das war das Projekt, was dich in diesen letzten zwei Jahren vor allem gegriffen hat. Genau. Also, auf jeden Fall hat mich das gegriffen. Es war aber eher so eine stille Zeit, sag ich mal. In der es eher darum ging, genau zu schauen, was brauchen die Leute und was kann ich ihr bebieten. Und dann zwischendurch im Frühjahr war ja noch das Thema des Club 100, den ich immer mal von Avoma gelauscht habe. Wo es ging, dass ich 100 Leute begleite in den nächsten acht Monaten. Da sind wir nach wie vor noch dran. Einfach beim Aufbau eines eigenen Online-Business. Und das war dann innerhalb von Avoma einfach mal eine große Schulung. Zum einen, um mal zu zeigen, was ist mit Avoma überhaupt auch möglich. Und zum anderen natürlich weiterhin, dass ich solche Schulungen auch anbiete und nicht absolut in der Senkung bleibe. Ist in den zwei Jahren nebenbei noch was anderes passiert? irgendwelche anderen Projekte oder Lebensveränderungen, die irgendwie die zwei Jahre geprägt haben? Also zum einen war natürlich Studium, war ja ständig präsent. Überall war natürlich auch ein Zeitfaktor, warum man sich jetzt nicht so viel um das Online-Business kümmern konnte. Und Avoma war viel genug. Dann zum anderen, wie gesagt, dieser Lounge. Und ein ganz wichtiger Schritt für mich eigentlich, jetzt hier in diesem Haus zu sein schon mal. Die Eröffnung des eigenen Büros. Hier ist immer noch viel mit Umbau. Also unten werde jetzt so eine Art Schulungszentrum entstehen. Also unterhalb von dieser Bürofläche. Wo ich dann wirklich Workshops machen möchte. Wo andere Workshops machen können. Und ich konzentriere mich jetzt erstmal in den nächsten drei Jahren so auf Online-Marketing. Um das wirklich so zu durchbringen, sage ich mal. Bin dann aber auch so ein bisschen im Hintergrund am überlegen, wie man auch für andere Tierengereiche das Ganze öffnen kann. Weil das ja wirklich so ein Haus des Lernens ist, sage ich mal. Also meine Mutter, die macht hinten zum Beispiel noch ein Atelier rein. Also da wird auch noch ein bisschen Kunst hier entstehen. Ein Yoga-Lehrer hat schon gefragt, ob ich hier unten rein kann. Also es wird sehr vieles passieren, was man dann auch vielleicht in Videoform produzieren kann. Aber das sind so ein bisschen die Visionen. Also die letzten zwei Jahre war einfach viel so im Kopf zu sortieren. Wo möchte ich langfristig hin? Und wie kann ich jetzt mit einem zentralen Ort das Ganze bündeln? Und dann auch mit dem Aufziehen der Firma, also mit dem Mitarbeiter. Und was brauche ich denn für Mitarbeiter und so weiter. Und das ist ganz viel im Kopf entstanden. Und jetzt fängt es an, so der Vorabend der Revolution sozusagen. Okay. Das war praktisch die Ruhe vor dem Sturm, frage ich mal. Und was hast du rausbekommen? Wo willst du hin? Was ist das, was du der Welt zu geben hast, sage ich mal der Kern? Ja. Also das, was mein Unternehmen wirklich sollte, ist Personen zu helfen, mit ihrem Wissen wiederum dasselbe andere zu verbessern. Also jeder trägt irgendwas in sich, mit dem man anderen Leuten helfen kann. Manche wissen es aber nicht mal. Und manche wissen nicht, wie sie ihr Wissen verbreiten können. Und das ist genau die Aufgabe, worin ich mein Unternehmen als Lösung sehe. Dass es Leuten hilft, ihr Wissen über das Internet zu verbreiten. Und bei so einer Vision ist es natürlich auch wichtig, dass man ein bisschen konkrete Zahlen hat. Daran lehren sich aber manchmal auch vielleicht zu weit aus dem Fenster. Aber ich habe es ein bisschen im Auge, dass ich bis 2030, das sind schon 15 Jahre, dass ich da wirklich, sage ich mal, an einem Millionenwert kratze, an Personen, die ich erreicht habe mit einer Form, dass ich den Leuten helfen konnte, mit ihrem Wissen nach außen zu gehen. Das ist eine große Vision, aber das gehört dazu. Ja, große Visionen ziehen ja auch mehr Energie und versammeln ja auch mehr die Leute um einen herum, die auch was Großes schaffen wollen. Ja, auf jeden Fall. Am Tag drei Leute anrufen. Ja, gut, man bricht dann so eine Vision herunter auch auf eine Zielplanung, sagen wir mal in der nächsten zehn Jahre. Dann bricht man das so herunter auch von der nächsten drei bis fünf. In der nächsten drei bis fünf geht es bei mir dann eher darum, allein im Bereich Online-Marketing sich das zu durchdringen und danach dann andere Themen. Aber dann bricht man das ja auch so herunter bis dann zum Jahresziel und Quartalsziel. Bis wie weit gehst du runter? Weil da haben wir gerade im Team unsere Frage, sollte es weiter als Monat oder reicht es uns vor. Also ich denke, dass man für ein Quartal fünf, so drei bis fünf Prioritäten setzen sollte, die man da erreichen möchte. Und dann sollte man aber meiner Meinung nach einmal in der Woche ein Meeting haben, wo man darüber redet, wie komme ich jetzt in dieser Woche diesem Quartalsziel her. Und das Quartalsziel wiederum ordnet sich dem Jahresziel runter und das Jahresziel wieder dem… Also es ordnet sich alles letztendlich der großen Vision unter, aber halt immer in der Woche praktisch, in der ich dann das kontrollieren kann auch. Also so ist das gerade bis der… Da kann ich auch das Buch empfehlen, das mir wiederum der Ulrich empfohlen hat, der Ulrich Eckart, das Wachstum durch Führung. Wachstum durch Führung. Ja, ich habe es jetzt gerade drüben. Aber es ist ein ganz tolles Buch, Wachstum durch Führung. Ich war nur so ein Bücher, der kostet 40 Euro, aber es haut mich gerade um. Und da geht es ganz stark um diese Dinge. Ja, das ist cool. Du hast gesagt Studium, das hast du fertig gemacht? Ähm, ich führe es gerade zu Ende als Fernstudium jetzt noch, weil jetzt einfach hier meine Person gefordert war. Aber es sind nur noch ein, zwei Semester. Also wird es dann im Prinzip demnächst abgeschlossen sein. Okay. Also das heißt, sag ich mal jetzt so faktisch vom Lebensalltag her, ist es schon abgeschlossen? Eigentlich ist es schon. Läuft jetzt auf Sparflammer aus? Ja, auf Sparflammer aus. Okay. Also es ist ja so, dass du, ähm, ich will noch mal weiter aufgehen. Ja. Ich hatte mal einen Freund und der hatte, als wir beide, da war ich 14, da war er 15, da haben wir zusammen Tennis gespielt. Und da hatte der eine geniale Business-Idee. Da hat der gelesen im Internet, dann ist es noch so ein bisschen, 50k Modems und so, Nokia-Telefon, dass man da andere Klirrtöne drauf aufspielen kann. Okay. Und da brauchtest du so ein Kabel für und das kostete damals 400 DM. Okay. Das war so ein Spezialkabel und da kannst du diese, das ging nicht mit allen Nokia-Telefonen, aber diese mit so 31,50 und so, glaube ich, so, das Premium-Modell, von dem das früher jeder hatte, so, ne? Damit ging das. Und dann... Und jeder braucht ja dieses Kabel. Und wenn er sich sein eigenes Telefon drauf machen wollte. Damit hat er ja noch keine Apps gehabt oder so, ja? Und das Aufladen ging auch an der Steckung. Naja, auf jeden Fall. Und dann war ich einer in Norseeland und in der Zeit hat er herausgefunden, wo er die Kabel für irgendwie 30 DM das Stück in Hongkong bestellt oder noch günstiger. und hatte dann hier 100 DM verkauft. Okay. Anstatt 400. Und das war die Zeit, wo die Leute das entdeckt haben, dass das ging. Und der war der Einzige, der das günstig hatte. Und der hat halt innerhalb von wenigen Monaten halt ein sehr dickes, fünfstelliges Einkommen gehabt. Und ist da überhaupt nicht drauf klargekommen. Also mit 16 hat er halt so 20, 30.000 DM verdient im Monat. Und da ist der total drauf abgegangen. So, jetzt bei dir war das ja nicht so. Du hast ja auch ziemlich schnell gut verdient. Und bist da aber anders mit umgegangen. Ja. Also das hat man auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass du da jetzt total nicht abgedreht bist. Nee. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal in diesem ersten Video zum Teil angesprochen, dass es einfach so wichtige Werte gibt. Ich bin einfach auch christlicher Zoo geworden, wo das Thema auch der Nächsten Liebe eine ganz große Rolle spielt. Und wo es einfach ganz wichtig ist, dass man einfach nicht vergisst, wo man selber herkommt. Also auch diese Dankbarkeit, die ich zum Beispiel für meine Eltern empfinde, die mir da immer sehr viel geholfen hat. Dann aber eben immer daran denken, dass es nicht schon immer so war. Und dass es andere Leute gibt, die vielleicht sowas auch erreichen möchten. Und denen man dann auch helfen kann. Und diese Werte, die haben sich halt immer weiterentwickelt. Die sind auch ganz entscheidend, denke ich, für den Unternehmenserfolg. Dass man den Kundennutzer ganz vorrangig hinstellt und seinen Unternehmer auf diesen Kundennutzer ausrichtet. Und dann geht es mir darum, dass ich die Gewinne, die ich habe beim Unternehmer, und das ist jetzt deshalb vielleicht hinausgewählt, dass man die nicht nimmt, um sie zu verpulvern. Und jetzt soll das Auto tralala. Sondern der Gewinn eines Unternehmens ist meiner Meinung nach dazu da, um in der nächsten Periode den Kundennutzen weiter zu erhöhen. Und das macht dann auch langfristig ein erfolgreiches Unternehmen aus. Wenn ich mich immer am Kundennutzen orientiere, habe ich auch die Möglichkeit zu wachsen. Und genau das habe ich im Prinzip bei Afoma dann gemacht. Also damals haben wir im Video schon über diese Werte gesprochen. Für Afoma habe ich es dann ausgeführt. Das heißt, ich habe die Gewinne, die ich hatte durch dieses damalige Abo, genommen. und habe mir überlegt, wie kann ich die einsetzen, um in Zukunft meinem Kunden noch einen höheren Nutzer zu bieten. Und das sind Dinge, die stecken halt tief in mir drin. Warum auch immer. Weil mich meinen Eltern, denke ich, schon so erzogen habe. Und ich bekomme trotzdem wahnsinnig viel zurück, indem ich tolle Leute kennenlerne, tolle Menschen, ich habe tolle Beziehungen, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Es ist eine Leidenschaft, die mich erfüllt. Und dann habe ich alles, was ich brauche. Wie hast du dich in den letzten zwei Jahren persönlich weiterentwickelt? Also, wie soll ich sagen, Afoma war ein großer Schritt. Weil das war hin, weg vom Produkte erstellen, von Infoprodukten hin zum Plattformanbieter, zu einer viel größeren Reichweite, zu einer viel größeren Verantwortung auch noch. Weil du jetzt sozusagen zwischen Leuten auch drin sitzt. Und natürlich auch, wie soll ich sagen, das erste Mal so die Frage, kannst du diesen Erfolg reproduzieren, wenn du nicht genau im gleichen Segment bleibst. Weil das jetzt auch den Traffic-Kurs 3.0, 4.0, 5.0 machen können. Aber du möchtest ja weiter dich entwickeln auch. Wie hast du das Gefühl, es geht da so diese geschäftliche Entwicklung und die persönliche Entwicklung? Läuft das parallel? Gibt es da immer wieder Sachen, die sich gegenseitig beeinflussen? Schwere Frage, also ich denke mal, am Anfang war es wirklich so, dass ich habe ein Produkt rausgebracht und es ging halt darum, mich, sag ich mal, erfolgreich zu machen. Und es ist natürlich schon wieder eine ganz andere Sache jetzt bei Afoma, wenn es darum geht, zu versuchen, andere den Erfolg zu machen mit dem Wissen, das man vielleicht hat. Also es ist, es geht gut, ich weiß nicht, egoistisch kann ich jetzt nicht sagen, ob ich das war, aber ich glaube, es geht halt noch weiter, sich zu überlegen, was kann ich halt noch für andere noch mehr tun. Oder diesen Erfolg, den man halt hat, auf andere zu versuchen zu, wie sagt man da? Zu teilen, zu motivieren. Zu motivieren, ja. Was brauchst du da für eine persönliche Entwicklung? Ich denke, zum Teil muss man da ein bisschen selbstlos sein. Zum anderen darf man aber auch nicht vergessen, wie wichtig man selber leuchtet ist, sonst funktioniert es ja auch gar nicht. Also es bringt nicht nur, wenn ich immer nur andere unterstütze. Ich meine, man muss mal an sich denken. Also ich kann nur anderen helfen, wenn ich selber eine gewisse Stärke habe. Aber es fällt mir gerade schwer, das irgendwie auf einen Händen zu bringen, wie ich mich jetzt da persönlich weiterentwickelt habe. Ja, aber das finde ich, das ist ja schon mal ganz wichtig. Das eigene Selbstbewusstsein, jetzt mal ganz wörtlich genommen, ist ja wirklich sehr wichtig. Weil nur wenn du weißt auch, was du dir auch selbst, wer du bist, was du selbst auch wert bist, nur dann aus dieser Position der inneren Stärke heraus kannst du ja das auch loslassen und sagen, hey, ich mache jetzt mal ein Business, was überhaupt nicht um mein Ego geht. Die Leute werden sich wundern, dass sie zwei Jahre lang nichts von mir hören und werden sich aber wundern, wieso sie immer erfolgreicher werden. Ja, genau. Und ich meine, da kennen wir beide auch Leute, da wüssten wir, für die ist dieses Geschäftsmodell überhaupt nicht geschaffen, weil das Ego will irgendwann rebellieren und sagen, nee, jetzt machst du hier den Videokurs erstmal, wo du wieder im Rampenlicht stehst. Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Also ich denke auch, gerade bei dem letzten Launch da im Frühjahr, da habe ich eigentlich so diese krassen Erfolge total rausgenommen aus dieser Videoserie, sondern eigentlich nur darüber geredet, was für Möglichkeiten es gibt und einfach dieses ganz seriös angegangen, dass es einfach Wege gibt im Internet, die sehr schwer sind und wo sich Leute schwer tun, dass es einen einfacheren Weg gibt und wie man den gemeinsam bestreiten kann. Also das habe ich eigentlich viel stärker in den Mittelpunkt gestellt, ja. Und trotzdem war das absolut erfolgreich, also auch wenn nicht hin zu Kunst von den ganz großen Internetmarkten mitgemacht habe, war das super, wurde das super angenommen. Die 100 Plätze waren ja schnell weg. Die waren in neun Tagen weg, ja. Das war schon allein durch dieses Transportieren der Werte, die man da vermitteln möchte. Also es hat mich auch fasziniert, wie man das über Video transportieren kann. War super interessant, es gab natürlich Leute, die haben die Videoserie gesehen, die kennen mich schon seit vielen Jahren, da war es mir klar, die kennen mich. Es gab aber auch einige Kunden, wo ich dann im Nachhinein gemerkt habe, die kannten mich vor der Videoserie überhaupt gar nicht. Sprich, die konnte ich innerhalb von drei Videos absolut von meiner Einstellung überzeugen und von dem Wert, den ich in den späteren Monaten liefern werde. Und ich meine, der Kurs, der war ja auch nicht gerade ganz billig. Und trotzdem haben die nach drei Videos gesagt, ich vertraue dem Jungen so stark, dass ich ihm hier das gleiche lernen gebe und der wird das die nächsten ab Monate mit mir durchziehen. Ich habe mich total fasziniert auch, wie das in den Videos geht. Also an die Leute da draußen, Videos ist immer noch ein absolutes Top-Thema. Videos machen! Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist natürlich auch so, dass du auch einen anderen Style hast. Du hast mehr dieses Bodenständige, du hast mehr so dieses Ehrliche und nicht dieses Over-the-Top, sag ich mal so ein bisschen so den amerikanischen Marketing-Style, von dem viele Jahre mittlerweile verstanden haben, dass das in Deutschland halt so nicht funktioniert. Ja, das ist total witzig. Ich weiß, es haben sich so viele Leute auf Internetmarkter dann immer an Amerika orientiert, waren da anfangs ziemlich erfolgreich. Bei mir war der Witz, meine Englischkenntnisse sind nicht gerade der Hit. Das heißt, ich habe mich schon von Natur aus nie an Amerika orientiert, ich kannte die Marketer da gar nicht, sondern habe dann immer geguckt, also wie machen es jetzt die, die es aus Amerika kopieren und wie mache ich es jetzt in meinem Stil? Und interessanterweise gab es dann echt Zeiten, gerade mit dem Abo damals, wo ich dann, wo ich einige überholt habe, sag ich mal. Also egal, ob das jetzt, wie man das jetzt wahrnimmt, aber dass ich die halt irgendwie überholt habe mit den Werten, die die irgendwie aus Amerika umsetzen. Und dann hat man ganz klar festgestellt, dass es in Deutschland auf ganz andere Sachen ankommt. Ja. Und das Lustige finde ich, oder was ich voraussage ist, dass so unsere Art Marketing zu machen, sag ich jetzt mal so nachhaltig, bodenständig, authentisch, dass das was ist, was sich wiederum, wo wir vielleicht mal so mehr die Vorreiter sind aus unserem, sag ich mal, mehr bodenständigeren, deutschen Idealen heraus. Und auch, sag ich mal, diese Werteorientierung, die mittlerweile da Einzug erhält, ja nicht nur überall, ja in dem ganzen Businessbereich sind, ist es ja mittlerweile Nachhaltigkeit und so weiter viel wichtiger. Und dass sich das sicher da auch drauf auswirken wird, ja. Also dass ein Verkaufsvideo in zwei Jahren wahrscheinlich auch nochmal anders aussieht. Ja, ja, denke ich schon. Also man sieht einfach, dass es auf fruchtbaren Boden fällt, das Ganze. Aber da verändern sich auch die Kunden. Also ich muss mal auch sagen, diese Hype-Lounges und ständig in anderen Lounges, das hat, vor drei, vier Jahren hat das funktioniert. Weil auch die Leute sich da haben erstmal mitreißen lassen. Und dann aber von Zeit zu Zeit gemerkt haben, das kommt es gar nicht an. Und das ist zum Teil mehr Schall als Rauch. Und auch die Kunden haben sich da gewandelt. Also in der Internet-Marketing-Branche. Und was auch noch so ein bisschen der Trend, den ich sehe, ist, dass es halt einfach, es gibt so diese Internet-Marketer, wo ich selber mal dabei war oder wie auch immer dabei bin, aber es kommen auch jetzt ganz vermehrt diese Leute, die anfänglich stark in der SEO-Szene drin waren und jetzt auch noch viel mehr Online-Marketing, also die ganzen Kanäle anbieten und die auch viele seriöse Produkte haben, wie zum Beispiel Systrix oder was gibt es noch dieses SEO-Tool? Also Xobi gibt es ja. Und dann nochmal, also OnPage.org natürlich. Oder ich droppe jetzt hier mal Crawl.me, dass das Ganze so richtig dicke sein. Okay. Also man merkt, dass halt auch die, also es gibt so, es gab, oder ich sag mal eher, es gab so zwei Lager. Die einen eher so auf Dienstleistung auch für Unternehmer und die anderen, das sind eher für Internet-Marketer, aber ich denke, das entscheidet sich auch stark in der Zielgruppe. Die haben dann eher die Kunden, die sich einfach privat eine kleine Existenz aufbauen möchten. Aber ich glaube, so langsam vermischt sich das auch immer mehr. Und ich sehe jetzt auch immer wieder, dass Leute auch vielleicht miteinander kommunizieren, die vor zwei Jahren gesagt haben, mit denen rede ich nicht. Der ist Internet-Marketer. Also es finde ich ganz interessant, wie sie einfach so eine Dynamik in dieser gesamten Woche trainiert. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ob die Leute dann in zwei Jahren auch zu mir ins Interview kommen, weil es immer noch welche gibt, die sagen, nee, du hattest den. Also da komme ich auf keinen Fall. Ja, gut. Also da muss man über seinen Schatten einfach springen, finde ich. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, das finde ich auch ganz interessant, das passt jetzt vielleicht ganz gut, dass sich unsere Branche auch weiterentwickelt. Am Anfang war es nur das eine PDF, was du runtergeladen hast. Dann haben so Kurse dazu. Mittlerweile ist so, auch mit diesem Boom im Massive Online Learning, kommen auch viel mehr so lernpsychologische Aspekte da rein. Also dass wir auch gucken, wie bauen wir sowas überhaupt pädagogisch gut auf, um den Leuten den maximalen Mehrwert zu bieten. Und jetzt verfließen irgendwie so Produkte und Dienstleistungen so ein bisschen zusammen. Also so dieses Training und Wissen weitergeben ist immer noch eine wichtige Sache. Aber dieses, wie kriege ich die PS dann noch echt auf die Straße, das ist eigentlich die zentrale Frage geworden. Und nicht, wie komme ich an das Wissen? Ja. Also dieses Wissen umzusetzen, dafür noch Hilfe zu geben. Also man hat halt auch gemerkt, das ist ganz stark diese Informationsüberflug bei ganz vielen Leuten. Und man merkt jetzt einfach, wie viele Services auf den Markt kommen und Dienstleistungen, die helfen, das Wissen halt umzusetzen. Ja, du hast ja vorher gesprochen über deine, ich weiß nicht, ob du es sagen darf schon, die WordPress-Geschichte. Das dachte ich schon. Wo du deinen Leuten hilfst, einfach gutes Hosting und viel Sicherheit zu haben. Es sind andere Bereiche, wo man dann sieht, dass die eher vor Ort helfen möchten, durch Akademie nicht vor Ort entstehen. Oder gerade jetzt in dem Fall Afoma ist jetzt was, wo ich die Technik biete, dass man ganz einfach Schulungen online stellen kann. Und so gibt es ganz viele Dinge, wo man sieht, es entstehen Dienstleistungen, die helfen, das Wissen einfacher umzusetzen. Das merkt man schon, dass es ganz stark in diese Richtung geht. Und es sind natürlich aber auch skamierbare Produkte, wo es dann wirklich auch interessant wird. Es kostet am Anfang mehr an Investitionen, so was technisch zu so eine Infrastruktur zu schaffen wie solche Ideen stehen, aber dann ist natürlich ein skamierbares Wissen zwar schon sehr interessant. Jetzt sprechen wir mal darüber, nämlich, also ich denke, das ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, das sind so die ersten beiden Haken, die man bei so einer Business-Idee-Checkliste macht. Ist es skalierbar, ist es automatisierbar und bietet es einen Mehrwert? Das liegt irgendwie in meinem Bereich und so weiter. Aber sowas wie Afoma hat natürlich auch viel mehr Betreuung und er fordert auch ein Team. Das heißt, man muss sich auch selber näher skalieren können als vorher. Auf jeden Fall. Du hast jetzt auch angefangen, dein Team wirklich aufzubauen. Wo bist du da? Wie weit bist du da? Also zum Teil hat sich das schon natürlich gegeben, weil wir es einfach allein nicht mehr hinbekommen haben. Das heißt, dass ich in Berlin mit zum Beispiel Jürgen Schnick noch viel zusammenarbeite, dass er meine Kunden im Club einhundert sehr viel betreut und supporten, technischen Support. Weil ich das neben den Lektionen erstelle und was weiß ich eigentlich noch gar nicht machen kann. Dann ist es zum Beispiel so, dass ich die ganze Programmierarbeit an Arocom in Stuttgart abgegeben habe. Das ist ein Programmiererteam mit drei, vier Leuten. Das sind dann eher so ein Prinzip so Outsourcing-Geschichten. Und so habe ich nach und nach ein bisschen was nach außen abgegeben. Und dann passiert halt so eine persönliche Entwicklung, wo man dann entscheidet, möchte ich das weiterhin alles an unterschiedliche Leute abgeben und die sitzen überall, ist eine Möglichkeit. Ob das Geschäft oder gut ist, darf ich mal da hingestellt. Und die zweite Möglichkeit ist halt, zentriere ich das an einem Ort, wo ich ein Stück weit auch eine Kontrolle habe, wo ich tagtäglich mit den Leuten reden kann und wo man zusammen als Team das arbeitet. Und das geht es mir eigentlich langfristig, dass ich jetzt, deswegen bin ich auch jetzt hier in diesem Büro, dass ich diese externen Kompetenzen hier zentralisiere. Und gleichzeitig macht man aber überhaupt in der persönlichen Weiterentwicklung den Schritt, zu sagen, ich entscheide mich jetzt gar nicht mehr selbstständig zu sein, sondern ich fange eher an, ein Unternehmen wirklich aufzubauen und versuche auch immer mehr aus dem Unternehmen selber rauszukommen und es aus der Vogelperspektive zu betrachten, um ein Unternehmen zu arbeiten. So weit bin ich noch lange nicht. Bei mir geht es jetzt erstmal darum, hier die Mitarbeiter herzukriegen, dann eine Struktur reinzukriegen. Aber einmal auf der Seite, dass ich zum Beispiel den Produktionsleiter habe, der dafür sorgt, dass neue Schulungen entstehen. Auf der anderen Seite der Vertriebsleiter, der dafür sorgt, dass die Schulungen vermarktet werden. Also man baut sich da, immer hat der Fromman eine Struktur auf, aber das hat bei mir, glaube ich, auch jetzt die letzten zwei Jahre gedauert, dass ich überhaupt mal sage, ich fasse jetzt den Mut zusammen und gehe überhaupt den Schritt, dass ich für andere Verantwortung übernehme. Ich musste ja auch zahlen können. Und ja, das ist spannend, aber auch, also man braucht schon Mut dazu, den Schritt zu gehen. Und das geht jetzt vor allem bei mir Anfang nächsten Jahres los. Also ich komme dann jetzt eine rein, die hauptsächlich viel mit Webdesign macht. Da gucke ich dann aber eher, ob sie dann auch eben in die Produktentwicklung geht oder eher in die Vermarktung. Weil in die zwei Bereiche, die ich gar nicht sprach, in die wird es schon stark gehen im Online-Business. Und so baue ich dann nach und nach das Team auf und ab einer bestimmten Größe wird dann mal noch eine Ebene reinkommen, wo dann ein Manager die Mitarbeiter koordiniert. Und ich gehe dann immer weiter raus, aber das geht lang. Also ja. Ich finde es total interessant, weil ich mache ja seit 2008, glaube ich, zum ersten Mal outgesourced. Und was ich entdecke ist, man wird immer besser darin zu erkennen, was geht, was geht nicht. Wo macht es Sinn, was abzugeben als ganzes Paket an jemand externes. Wo will man das auch lieber in-house haben? Ich habe ein ganz interessantes Buch gelesen. Nehme ich den Titel jetzt nicht mehr. How to measure your life. Okay. Und da geht es halt darum, dass zum Beispiel jetzt Dell am Anfang haben die alle Computer selber verbaut. Und dann haben die die Platin-Fertigung angegeben. Dann die Motherboard-Fertigung. Dann haben die nur noch die Computer zusammengebaut. Und am Ende haben die die Computer auch zusammenbauen lassen von Amazon. Und jeder Schritt an sich mit dem outsourcen war logisch. Nur am Ende hatten die sich selber outgesourced an jemanden, der das jetzt nochmal 15% billiger anbieten kann, in der gleichen Qualität. Und auch dieses langfristige Gedenken, was sind so meine Core-Values, meine Core-Kompetenzen, die ich auch echt in-house aufbauen will mit Ressourcen auch als Leute, die sich kennen und die auch eine persönliche Beziehung haben, weil sie täglich irgendwie im selben Raum sind. Auf jeden Fall. Also gerade bei dem Thema, wo man dann dahingehend will, um diese Vision irgendwie umzusetzen, da brauche ich Leute, die da mitziehen. Die diesen gleichen Spirit haben. Und das, was du einfach mal an diese Core-Values, also sprich Prinzipien, Einstellungen, die ich habe, das kriegen die Leute nicht so gut über das Internet einfach mit. Wenn die aber jede Woche hier sitzen und ich habe dann irgendwann mal hier ein Plakat, wo diese Prinzipien draufstehen, die uns ausmachen und auch unterscheiden, dann sehen die das jeden Tag. Das ist dann schon, die Wachen nachts auf und wissen, was die Einstellungen sind. Und das ist eine ganz andere Energie, mit der ich dann arbeiten kann. Ja. Du kennst wahrscheinlich hier die sieben Seven Habits of Highly Successful People, wie heißt das denn? Nee, Effective People von Stephen Kubik. Die sieben Gewohnheiten von erfolgreichen Leuten oder so? Ich glaube, ich habe da mal einen Blogartikel drüber gelesen. Naja, auf jeden Fall, das hört sich so ganz businessmäßig an, aber was er halt auch sagt, dann kommt er irgendwie in so ein Hotel und das ist total toll vom Service und jemand kriegt seinen Raum nicht auf und dann steigt einer von der Leiter runter und macht den auf. Und da das reflektiert also in einem seiner Lektionen und sagt, hey, wenn du ein Wertesystem hast, ein intaktes, authentisches Wertesystem, nach dem sich eine komplette Gruppe richten kann, das ist so kraftvoll, weil du bei jeder Entscheidung immer weißt, in welche Richtung du gehen musst, nämlich abhängig von deinem Wertesystem. Du musst aber auch nicht groß lange dann überlegen, mach ich das jetzt so oder so, nee, du hast schon, sag ich mal, dein Entscheidungsmanual immer dabei, ja? Und soll ich dem Kunden jetzt sagen, ach scheiße, fick dich, oder soll ich dem jetzt sagen, okay, ich verstehe das jetzt eigentlich nicht, nicht unseren Zuständigkeitsbereich, aber mal gucken, was wäre denn, wie können wir ihnen denn weiterhelfen jetzt, ja? Und das weiß ja dann nicht nur ich, sondern das weiß ja jeder aus dem Team. Und so habe ich dann auch die Möglichkeit, das verschiedene Individuen dazu zu bringen, gleich zu entscheiden oder in eine ähnliche Richtung zu entscheiden. Und das ist natürlich Manpower ohne Ende. Ja, weil du die Möglichkeit hast, dich halt auch auf emotionalem und Werteniveau zu skalieren und nicht nur in Tasks abarbeiten und irgendeine Schulung aufnehmen, ja? Ja, ganz genau. Was ist so in den letzten zwei Jahren das Top Learning gewesen, was du so mitgenommen hast, worauf du jetzt vielleicht auch ein bisschen unbewusst jetzt aufbaust und was dir jetzt Kraft bringt? Vielleicht auch einen Fehler, den du gemacht hast, oder so? Oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen. Also was machst du jetzt anders als vor zwei Jahren? Was ich jetzt anders mache, ist, versuchen die Leute in meinem Umfeld mit einzubeziehen, die alle ihre verschiedenen Fähigkeiten haben, die ich davor nicht eingezogen habe. Was die Leute jetzt nicht sehen, zum Beispiel da hinten ist der Herr Urmschneider, der gerade das Kameratechnische macht. Den kenne ich schon seit drei Jahren, der ist schon die vierte Klasse. Davor habe ich solche Personen gar nicht mit eingezogen. Und jetzt merke ich so langsam zu erkennen, wer hat überall Talente, die ich schon immer hatte. Und wie kann ich das miteinander vernetzen, verknüpfen, dass sich das multipliziert. Und das geht aber auch erst, wenn ich so sage, ich entscheide mich für diesen Standard, wo ich vielleicht auch schon aufgewachsen bin. Und das ist was, wo ich eigentlich jetzt erst so erkannt habe. Also nicht nur unbedingt die Mitarbeiter, sondern auch mein komplettes Umfeld in irgendeiner Weise zu nutzen. Es geht immer um Geben und Nehmen, ganz klar. Also es geht nicht darum, jetzt sein ganzes Umfeld irgendwie so auszunutzen, sondern es geht darum, wie kann man einfach seine Kompetenzen zusammenbringen. Und das, du hast auch erwähnt, deine Mutter, die wird vielleicht so ein kleines Atelier machen oder so. Ja, genau. Das finde ich auch toll, auch zu gucken, hey, wie ist denn so dieser Glaubenssatz, hey, jeder Mensch um mich hin, den ich irgendwie treffe, hat irgendwas ganz Besonderes. Und wenn ich das verbinde mit dem Besonderes, das ich habe, entsteht irgendwie was Tolles, was sonst nicht passiert. Ganz genau. Oder auch dieses Haus, in dem ich bin, das gehört dem Vater meiner Mitarbeiterin. Also es ist auch wieder so eine Verbindung, die nur so zu Sterne gekommen ist. Also ja, doch wirklich zu gucken im Umfeld, die Leute, mit denen ich immer zu tun habe, wie kann man daraus einfach mehr entstehen lassen. Und jeden aber in seinem Raum lasse, in dem er sich so ausbreiten möchte oder was mit sich selber machen. Ich sehe da total Parallelen zwischen Afoma und diesem Haus und der Community und dem Team und dem Fokus auf Beziehungen und Helfen und so. Im Prinzip ist Afoma die virtuelle Spiegelung dessen, was ich hier jetzt real aufhabe. Und auch so mit der Speicher muss noch ausgebaut werden und so. Das Haus ist der unglaubliche Hammer. Also jetzt habe ich hier das Büro, der so der Kern her, darunter, irgendwo die Schulungsräume entstehen, habe ich die Möglichkeit, dass Leute wieder einmal was beibringen, wenn man das auch als Video produziert. Dann kommt es in diesen virtuellen Raum und so kann ich in diesem Haus komplett wachsen. Der Dachstuhl, der gerade ausgebaut wird, der hat 4 Quadratmeter, keine Ahnung, was damals möglich ist. Aber ich habe die Möglichkeit, hier drin zu wachsen und Afoma parallel dazu wachsen zu lassen. Das ist genau das, was mir vorschlägt. Aber es ist cool, dass du dich so warm bist. Ja, das ist total interessant, weil das deutet ja darauf hin, dass das unterliegende energetische Muster sind, die du wahrscheinlich in allen möglichen anderen Sachen auch wieder treffen wirst. Was ist so deine aktuelle Herausforderung? Was ist so das, wo du sagst in zwei Jahren? Nehmen wir mal das, was du gesagt hast, direkt als Aufhänger. Das sehen ja jetzt auch einige Leute. Vielleicht resümiert das hier jetzt auch mit anderen Leuten. Was sind so die, also du denkst, das ist so meine Herausforderung in den nächsten zwei Jahren. Wenn ich das hinkriege, dann top, dann war das sehr erfolgreich. Also in 2014 geht es mir um die Etablierung von dem Afoma Abo, das ich jetzt noch in diesem Jahr starte. Das startet aber mit Schulungen, die erstmal nur von mir sind. Und es geht dann auch darum, andere Experten im Online-Marketing-Bereich dafür zu gewinnen, dass sie das cool finden, dass man für 27 Euro jeden Monat eine Schulung bekommt, die sonst vielleicht viel teurer wäre. Und zwar nur die, die ich eben gerade brauche für mich. Und das geht es mir 2014, dass ich einfach zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis von den unterschiedlichen Experten, den Leuten was zur Verfügung stelle, damit sie wieder einen Schritt weiter kommen. Und da geht es mir dann im Speziellen darum, beim Afoma Abo, dass ich natürlich für mich dafür sorge, dass die Leute da möglichst lang drin drin bleiben, weil sie es einfach gut finden. Das heißt, die Qualität muss jeder nicht als erstes Mal betrachten im ersten Quartal. Also dann, wenn das stimmt, gucke ich, wie sieht es mit der Conversion-Rate aus. Also erkennen die Leute das Potenzial von dem Abo, auch wenn sie nicht selber drin sind. Das ist der zweite Schritt. Und dann Richtung, so drittes Quartal 2014 wird es darum gehen, Traffic zu erzeugen. Also wenn die Conversion-Rate stimmt, also Besucher einzukaufen. Und so dass wirklich, dass keiner eigentlich mehr an diesem Abo dran vorbeikommt oder an der Afoma, wenn er sich im Online-Marketing für Bereiche interessiert. Das ist so 2014. Und das ist eigentlich, wenn man überlegt, für ein Jahr habe ich mir jetzt eigentlich nur eins vorgenommen. Das ist dieses Afoma Abo. Das ist aber absichtlich deswegen, weil ich eben das Ziel habe, in eine Marktführerposition zu gehen. Und das brauche ich dieses Jahr. Also wenn ich davon, sage ich mal, 3.000, 4.000 Leute legen, die da dann drin sind, dann hat das genauso viel Kraft, wie wenn ich jede drei Monate ein neues Produkt rausbringe und das dann nur 100 Leute kaufen. Also ich will mich da komplett drauf fokussieren und zum Marktführer werden. Plus das entspricht natürlich auch mit dem Abo-Modell, so wie du es jetzt gesagt hast, auch mehr deine Naturrelle, diese langfristigen Beziehungen. Ja, genau. Und das ist aber 2014. Wenn du mich jetzt quack hast für die nächsten zwei Jahre, ist es so, das Afoma Abo wird auch eine Art Flaggschiff sein. Wo eben, wo man mit, sage ich mal, die Preise sind recht günstig, 27 Euro. Und die Leute sind dazu auch bereit, gleich irgendwie das Port Nome, äh Port, äh den Gerber in die Hand zu geben. Und das ist dann so dieses Flaggschiff. Es kann auch sein, dass ich da nicht mal so viel Gewinn mag. Aber ich habe viele Leute, ein großes, starkes Fundament, eine große Basis, worauf ich dann in den zwei, oder dann in 2015 eine Produktpalette drauf aufbauen kann. Mit Workshops, mit vielleicht auch hier Kongressen, also so, dass ich die Räumlichkeiten hier dann nutze kann. Das heißt, du ziehst jetzt in Afoma erstmal, das heißt hier eine große Userbase, aber auch eine große, nicht aktiv und nicht kommerziell aktive Nutzerbase. Da ziehst du jetzt, sage ich mal, erstmal nochmal so Premium Level ein, aber mit einem Anfangsbetrag, den man sich gut leisten kann. Um diese Beziehung, um zu diesem Level diese Beziehung deutlich zu verstärken. Und das sind dann auch die Leute wahrscheinlich, die sozusagen, wie sie jetzt sagen, die interessanteste Nutzergruppe sind, aufgrund der du da weitere Sachen entwickeln wirst. Ganz genau. Wie jetzt Vorortschulung oder sowas mit kompletter Store. Genau. Also man kann sagen, das ist wie so eine Pyramide. Ganz unten ist die Nutzerbasis, die vieles kostenlos bekommt auf der Form. Also wahnsinnig viele Steierkostenlos zu bekommen. Darüber wird das Afoma-Abo kommen. Und dann im 2015, also in den nächsten zwei Jahren, geht es darum, die Pyramide Stück für Stück im Bereich Online-Marketing. Und wenn diese Pyramide steht und wirklich der Marktseit durchdrungen ist, dann geht es weiter mit, diese Plattform auszuweiten, auch auf andere Themengebiete. Und das ist aber dann noch weit. Vielleicht noch so eine kleine Anekdote. 2011 habe ich einen Preis gewonnen, einen Businessplan-Wettbewerb. Das hieß The Expert Network. Und da ging es darum, also mein Elevator-Pitch war glaube ich ungefähr so, es gibt Leute, die unglaubliches Wissen haben, das für die Weiterentwicklung in unserer Gesellschaft von großem Nutzen und wichtigem Wert ist. Viele dieser Leute haben aber nicht das technische Wissen, das digital weiterzugeben und die soziale Funktion so, mein Vater an Sohn vom Meister an Lehrling ist nicht mehr da. Ich möchte diesen Leuten eine Plattform bilden, in der sie sozusagen ihr Wissen auf digitale Weise erhalten können und davon selber profitieren. Das finde ich total lustig. Weil auch ich merke, dass ich in allem, was ich getan habe in den letzten fünf Jahren, das war wie so eine Vorbereitung, die Puzzlestücke fallen jetzt alle so zusammen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, das ist auch das, wo ich gerade hin will, diese Leute bei der Betreuung und der Aufbereitung dieser Inhalte noch viel aktiver zu unterstützen. Das ist jetzt die Vertriebsplattform ja eigentlich. Und dann vermute ich, dass da auch irgendwie nochmal so diese Plattform zukommt, die den Leuten halt hilft. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Partner, den kannst du 50 Word-Texte schicken und der liest die Korrekturen, der stellt dir Fragen und der macht das Neue hin, sodass am Ende wirklich dein E-Book als PDF und so weiter rauskommt. Also Leute, die auch inhaltlich mitdenken können. Oder Leute, wo ich jemanden hinschicke und sage, hey, der hat seine Sachen, der zeigt dir jetzt einen Tag lang, wie du Rosen beschreiben willst. Nimm das als Video auf und schneid mir daraus den Kurs und dann kriegt der Inhalt wieder. Okay, also die Leute so mit der Dienstleistung zu unterstützen bei der Produktion der Inhalte. Ja, weil am Anfang, wo wir angefangen haben, war das ja stippenhaft. Da haben wir einfach unsere Sachen so in so einen PDF gemacht und dann nochmal überlegt, wie könnte man das jetzt reinfolgen und was könnte sich irgendwie noch ein E-Mail-Adresse eingeben, wenn die Leute Fragen haben. Mittlerweile, oder vielleicht sehe ich das auch nur so, weil ich das als Psycholog, wenn ich das immer interessiert, das hat viel mehr System, sind diese ganzen Kurse auch auf, sage ich mal, Lernen psychologisch logisch aufgebaut. Und sprechen Leute an, die lieber lesen oder lieber Video angucken oder lieber selbst aktiv sind und darüber das erfahren. Und da ist, glaube ich, noch super viel offen in diesem Bereich. Ja, auf jeden Fall. Und der Bereich muss natürlich auf jeden Fall ausstehen. Also ich kann nicht nur praktische Leute sagen, dann stellen wir bitte eine Schulung zu dem und dem, sondern die muss man natürlich auch unterstützen. Ja, ganz klar. Okay, Mario. Was ist so, hast du noch irgendwie so eine, wie soll ich sagen, so eine Message für die Leute? Irgendwie jetzt nicht nur die letzten zwei Jahre, sondern insgesamt nochmal betrachtet von allem, wo du das erste Mal über das Babyschlaf-E-Book nachgedacht hast bis jetzt. Also den Kern von dem, was du denkst, was jetzt ganz persönlich dein Erfolg irgendwie definierst, was das jetzt für dich ausmacht? Okay. Also wichtig ist, dass wenn man in irgendeiner Weise einen Traum hat oder auch vielleicht ein Bedürfnis, unabhängig zu sein, egal, denn jede Person hat ja so ein anderes Grundmotiv. Also die einen wollen Unabhängigkeit, die anderen wollen Anerkennung, was auch immer. Dass man sich da auf sich selber hört, das spürt, was man von Bedürfnissen hat, was man für Träume hat und dass man dann auf jeden Fall vorangeht. Also das nicht liegen lässt, sondern das anpackt und dann Schritt für Schritt, dass man natürlich plant, wie kann ich das erreichen? Also einfach nur drauf los, bringt auch nichts. Sondern dass man das plant und dann aber nicht mehr das loslässt, sondern dass man alles dafür tut, das zu erreichen. Und wenn man auch dann, sag ich mal, hinfällt, auf jeden Fall wieder aufsteht und niemals aufgibt. Allein wenn ich überlegt, wie lange es gedauert hat, bis das E-Book erfolgreich war, das waren auch zwei Jahre. Im Nachhinein kommt einem alles schnell vor. Das ging ja ruckzuck. Das ging auch nicht ruckzuck. Also bis ich auf die Idee kam mit dem E-Book ging es ein Jahr. Bis das E-Book erfolgreich war, ging es neun Monate. Bis von dem E-Book dann das Abo kam, war wieder ein Jahr inzwischen. Das sind lange Zeiträume, wo viele schon längst aufgeben. Also wer auch immer das Video sieht, bleibt einfach so lang dran, bis ihr die ersten kleinen Erfolge seht. Und der allererste Verkauf im Internet, das ist ja dann der Beweis, dass es funktioniert. Dann muss man einfach nur noch kleine Stellschrauben drehen, um das Ganze wachsen zu lassen. Okay, super. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank. Gerne. Danke für das Interview, für die Einladung. Dass es zum zweiten Video kam. Freut mich sehr. Ja, ich hoffe, wir ruhen ja jetzt sehr nah bei der Einladung. Vielleicht können wir das im jährlichen Abstand oder so wiederholen. Denn das finde ich auch total interessant ist zu sehen, wie sich das entwickelt. Ja. Und ich glaube, dass da viele Leute auch von sehr profitieren würden. Also was ich nochmal vielleicht auch reingehen kann, dass das Denken im System mit dem Endziel für jemand anders diese Welt besser einfacher zu machen, ist glaube ich etwas, was über kurz oder lang immer zu einem Erfolg führt. Also sowohl finanziell als auch persönlich. Und wir müssen einfach mal an, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Okay. Gut. Danke Mario. Ja, danke gleichfalls. Und tschüss. Ja, tschüss. Alle Kommentare, Fragen usw. Einfach hier unter das Video, wo auch immer es jetzt erscheinen mag. Und dann gehen wir darauf ein. Ciao. Ciao.